Der Herr hier hat ja eine Metallfassung auf, eine Kombi Metall und Nylor, das heißt unten ist kein Fassungsrand gewählt. Die Fassung, diesen matte Ganton, also so ein Grauton, finde ich okay. Allerdings ist die Fassung nicht gut gewählt bei ihm, weil hier ist es so, dass die Fassung viel zu klein gewählt ist für die Breite des Gesichtes. Das heißt, die Bügel gehen auf, die liegt auf der Schläfe auf. Das heißt, es gibt immer Druckstellen. Der Kunde könnte Probleme haben mit Druckgefühl an der Schläfe, beziehungsweise auch Kopfschmerzen. Die Fassung ist viel zu klein, das heißt, hier müssten mal mindestens zwei bis drei Zentimeter Breite dazukommen, dass die Augen hier auch schöner im Glas sind. Das heißt, die Fassung ist hier viel zu klein. Ansonsten bei dem Herrn würde ich vielleicht auch eine etwas größere Fassung wählen. Metall ist auf jeden Fall zurzeit sehr gefragt, aber ich könnte mir auch eine filigrane Kunststofffassung vorstellen, was auch hier viel flotter wirken würde und ja auch vielleicht so ein bisschen seriösen Touch hat. 0h00m 0h00m 0h90m 0h60m